ja hier bin ich wieder der japanische gärtner und sei möchte ich gehe fest überall steine überall steine ja etwas gestorben eigentlich schon tot zehn jahr oder dann muss das haben wir ja ich soll einfach und sei von keinem und sei von sein ja mache ich glatt werde ich stelle ein paar von drei bäunchen hin ich bin hier super glücklich und gegen mit dem rasenmeer kann man rüber fahren ich bin ich 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 Mast of disaster, ne? Wie war das hier so? Ein bisschen Rasen mähen, kennt doch jeder! Was soll den Teich noch in Ordnung umbauen? So. Oh, guck mal, hab ich voll vergessen. Ich soll noch ein Teich einbauen. Na, mach ich doch glatt. Wo ist denn dein Teich hin? Keine Ahnung. Meinen die Draben? Hab ich doch. Das muss ich mich alles umpflanzen hier. Hä? Achso. Sooo. Guck mal. Kann man gar nicht da rüber bauen. Kacke. Geht gar nicht, ne? Guck mal. Kann man Kack nicht verkaufen? Pff. Achso, ich soll die entfernen. Hab ich gemacht. Nee, der Rasen. Ich hab hier noch Special Aufträge. Hier noch Special Auftrag. Ach, stimmt. Da hinten. Bestimmt. Gut. Achso. Achso. Okay. Okay. Unser Garten kriegt einen neuen vierten Stein. Zwei Steine. So. Das war's. Der Bonzer Garten. 10.000. Der Bonzer Garten fertig. Schicker Garten, ne? Ja. Die Brücke sind doof, aber man konnte ja nicht darüber setzen. Das ging nicht so, wie ich das wollte. Hm. Ich liebe Blumen. Und Menschen eher weniger. Naja, kenn ich. Mehr Blumen, weniger Menschen. Ja. Komm mal. Komm mal. Freiluftkino. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Garten. Garten kommen nur noch Aufträge rein. Aber hier habe ich auch noch ein paar Aufträge. Ja. Bestimmt alle Häuser. Was soll ich machen? Ja. Haben wir noch nicht alle. Ob ich Bock drauf habe weiß ich nicht. HGTV. Ja. Ja. Zum Beispiel hier da. So siehst du. Auftrag ungefehlte Gäste. Kind unterwegs. Ja. Was kann ich dafür? Ja. Ich wohne das Haus. Das ist ja was ich gekauft habe. Das habe ich auch noch. Ja. Das habe ich auch noch. Ich habe schon Ideen. Der Rasen hat eindeutig zu verschwinden. Ich schreibe Ihnen eine für mich näher Angelegenheit nämlich meine Garten betrifft. Ich habe einfach gesagt. Ich habe mich nicht. Habe ich mich mit ihm nicht gerade ein geländiges Problem. Zu mir habe ich keine Zeit. Ich muss nämlich ohne Unterlass Gedichte schreiben. Aha. Denn es schneller geht habe ich versucht den Rasen hier zu brennen. Ich gebe ja zu das ist nicht gerade die allerbeste Idee war. Die Idee war. Indem ich nämlich gleich mein Häuser in die Werkzeug zum Opfer gefallen. Legen mir bitte eine moderne Schotterkarten an. Und ich arbeiten kann mit mir konnte es sowohl auf den Effekt als auch zu sein. Ja. Ich habe hier nicht gehört, dass man es nicht kann. Egal. Im Rasen abzugucken. Okay. Er hat seine Rasen abgefackelt. Hm. 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 Steven hat eine Schmutzung. Ja. Bill. Sieht man. Okay. Hm. Meieren. Ich habe die Schmutzung. Ganz- w Doom. das wurde jetzt mal rasen kann ich gar nicht ich bin extra teuer sonst zeige ich ihn an ja aber man kann ich drauf dann Das war's. 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 Das war's.